ein herzliches willkommen an der strandpromenade der oraklix zu einer neuen late night message eine gute nachtmessage vom universum für hier jetzt und heute und für dich sofern du hier mit in resonanz gehst was haben wir schönes wir haben am unterdeck die sterne die klarheit eine wunscherfüllung eine wunscherfüllung deiner gedanken deines gemüts deine seele hier gab es entweder einen umbruch ja vermutlich einen umbruch abbruch etwas abgeschnitten vielleicht auch eine bedingungslose verbindung plötzlich abgebrochen hier darf man wieder in die eigene strahlkraft kommen in die eigene balance stabilität um hier neue schritte voranzugehen ja vielleicht ist man hier noch etwas weit davon entfernt denn hier gibt es vielleicht noch welche verknotungen verstrickungen schwierigkeiten noch umwege oder auch wenn man zum beispiel auf eine vertragliche situation schaut dann ist hier eine warnkarte achte auf das kleingedruckte oder auf das sternchen hier könnte irgendwo der hund in der pfanne verrückt werden oder der hasse im pfefferkorn fällt oder wie heißt es immer wieder ich vertausch und wirbel alles immer mal wieder durcheinander aber normal kann jeder also sei anders habe special effects also eine kleine warnkarte schau genau hin egal um welche situation es geht wo ist das kleingedruckte wo ist die nadel im heuhaufen oder auch das haar in der suppe denn hier geht es vermutlich um entweder vertragliche angelegenheiten oder auch partnerschaftliche angelegenheiten also man darf hier genau hin sehen zwar nicht komplett blockieren sondern einfach etwas mit vorsicht mit einer schnüffelnase hingehen es geht hier um treffen die aber wohl momentan noch etwas stagnieren oder auch noch etwas andauern werden bis es hier vorangeht aber der weg ist das ziel und man sieht hier auch schon den weg zum herzen eventuell oder eben zum erfolg zur herzlichkeit zu einer art wunscherfüllung ja meine lieben egal um was es geht es geht hier um die wunscherfüllung um die klarheit in einer sache sei es in liebes dingen in partnerschaftlichen dingen sei es vertraglich finanziell beruflich ganz egal auf was ihr schaut nichts ist unmöglich alles ist möglich aber schau genau hin wo vielleicht noch das haar in der suppe ist alles liebe deine orakelmixi